Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Bus Simulator auf der PS4 ja letztens haben wir ja eine neue Strecke und haben dann Gebiete freigeschalten da haben wir jetzt wieder Aufgaben gekriegt da müssen wir ja gleich mal gucken so was mussten wir denn machen wir sollten mit maximal acht Haltestellen Landwirtschaftszone und Industriezone, da kommen jeweils drei Haltestellen so dann office mal an da brauchen wir ja wieder neue Strecke so ach quatsch brauch ja so keinen nome, mensch willst du gar nicht was macht er denn wieder zurück wo kommen wir hier zurück hier zurück Was? Ja, ja. So, jetzt. So, wir haben Landwirtschaftszone, Industriezone. Mit mindestens, jetzt machen wir dort unten eine kleine Strecke oder müssen wir jetzt vom Bustepot hinfahren? Nee, erstelle eine Strecke mit maximal acht Haltestellen. Die verbindete Landwirtschaftszone und die Industriezone. Naja, dann machen wir hier unten eine kleine neue Strecke, oder? Ich weiß ja gar nicht, ob das hier geht. Nö. Oder müssen wir von irgendwo fahren? Nö. Oder müssen wir von irgendwo fahren? Nö. Ach doch. Wir müssen von hier oben fahren, hä? Hm. Machen wir da. Was starten wir denn? Mit maximal acht, hä? Immer Metacenter Astro. Nimmt er das jetzt rein, ja? Hä? Machen wir da jetzt? Ziel beginnt. Bearbeiten. Abbrechen. Abbrechen. Jetzt bricht er wieder nicht ab. Machen wir jetzt? Jetzt hat er sich wieder aufgehangen. Hä? Wirklich, ja. So. Wir fangen nochmal an. Neue Strecke. Bumm. Was macht er denn noch wieder? Jetzt. Neue Strecke. So. Weil es spielt ja gar keine. Was macht er denn hier? Du sollst ja hier. Jetzt nimmt er das wieder nicht dazu. Ich wäre hier verrückt. Ja. Also es zerrockten wir. Mensch. Was geht denn das immer nicht? Neue Strecke. So. Reicht das nicht, wenn wir das hier unten machen? Na also. Achso. Das ist ja jetzt ganz schlecht. Da fahren wir ja wirken wie mit der Kirche ums Dorf. Ne. So wird das nichts. Wie kann ich meine Bushaltestelle neu ordnen? Richtung ändern. R3. Kongressstraße. Ne. Wir müssen anders anfangen. Kornstraße. Agrarzentrum. So. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Heuschauber. Dann Forschungsdings. Dann den Heuschauber. Und dann fahren wir hier längs. Hier zur Zuckerfabrik. So. Dann machen wir das zur Bootsgasse. Bootsbauergasse. Dann machen wir hier Lagerhallen. Kläranlage. Da müssen wir hier wieder. Da müssen wir hier wieder um Gottes Willen. So. Und Zentrallager. So. Acht Haltestellen sollen wir haben. Speichern. So. Wir fahren diese Strecke. fortbeginnen. Achso. Ne. Das müssen wir. Das machen wir dann. Mit dem Busfahrer. Ausschließlich Erdgasbusse. Muss man ja noch einen Bus kaufen. Ausschließlich Erdgasbusse. So viele Busse habe ich doch gar nicht. Fahrer die Strecke mit einem Erdgasbus. Hm. Tja. Ne. Müssen wir mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal die Strecke. Fortbeginnen. Dämmerung. Hat man ja schon. Wollen wir eine Nacht fortmachen? Ne. Wir machen eine neue Talk. So. Rund haben wir aus. Vorkarten haben wir an. Vereinfacht. Fortbeginnen. Eine. Was? Na ach. Da erfüllen wir doch wieder nicht den Plan. So. Ein ganz neues Gebiet haben wir meine Lieben. Ein ganz neues Gebiet. Einen schönen guten Tag. Ich hoffe einige Fahrkarten bitte. Na das machen wir doch. So. Torkorte. Standort. Zwei. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzel. Äh. Standort. Ein Stück. Bitte sehr. Und bitte sehr. So, jetzt nehmen wir bestimmt mit dem Fussgänger mit der Garnikon. Oh, hier ist der Stau schon wieder, du Stau, es staut sich die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir hupen hier, wir hupen, wir ein bisschen Krawall machen müssen wir hier. Es geht vorwärts. Da haben wir da jetzt keine 8 Haltestellen, da haben wir da die Aufgaben erfüllt, da müssen wir hier das Ganze noch normalen. Einem wunderschönen. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Ja, das ist schön. Keiner war eine Vorkorte, ganz verdächtig. Ist das ganz verdächtig, ist sowas. Nächster Halt, zum Heushop. Zum Heushop. Oh Gott, wer ist denn müde hier? Hier ist jemand müde, du. Das muss gar nicht bleiben sein. Hm. Ah, haben wir den Berufsverkehr abgesteuert? Wenn ich stelle, wenn ich stelle, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, nein. So, und was denn nun? Fährt immer immer hier. Fahren Sie bitte, fahren Sie jetzt gleich sofort. Oh Gott, das ist ja Stau heute, du Stau, ist das meine Lieben, Stau. Oder wird ein Fußgänger wieder? Ach, wieder ein Fußgänger über die Straße, einfach so. Mensch du, da haben wir ja dann wieder Verspätungen zum Fahrplan, du. Oh, da sind aber Kürfchen hier, du Kürfchen. Zum Glück kommen wir nicht so oft Fußgänger. Den stehen wir immer ein bisschen auf Kriegsfuß. Oh, da ist er schon in der Haltestelle. Zum Heuschauber. Zum Heuschauber. Na, da sind wir im Heuschauber. Schönen guten Tag. Wir machen jetzt auch eine Fahrkartenunterrolle. Hilft alles nicht hier. Wir müssen mal kontrollieren oder beureich nehmen den Fahrkarten. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber gern doch. So, Wochenorte. Standort. Einstieg. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Jawohl. Talk. Talkskarte. Standort. Einmal. Danke. Bitte sehr. Noch jemand ohne Fahrkarte? Nein, das werden wir ja gleich mal feststellen. Mal gucken, wie viel hier im neuen Gebiet schwärzt. Das müssen wir doch gleich mal kontrollieren. Sehr schön. Ich danke. Klar. Danke sehr. Danke sehr. Und? Gute Frage. Schwarzhauren. Da. Die. Klar. Oh nein. Ich hab sie vergessen. Ich hab sie vergessen. Eine Schwarzfahrerin. Hab ich denn... Ah. Hier. Bitte. Hier ist die Fahrkarte. Dankeschön. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Wie oft wollen sie die dann nachsehen? Nein, Entschuldigung. Ich wollte den, wollte ich hier haben. Ah, noch keiner bin ich da. Denkste, weil der ganz hinten sitzt. Was? Hier ist die Fahrkarte. Warte. Zwei Schwarzfahrer. Hier ist ein Foto meiner Katze. Das ist ja wieder. Das. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Ich bin hier an meinem Sessel. Hier aufs Zell. Das gibt's ja gar nicht. Du. Ist nicht zu fassend. Ah, sobald wir blind halten die. Das ist vernünftig, ne? Sehr vernünftig. Tückerfabrik. Da wird's süß, du. Mhm. 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 Wir will niemand. Wir halten trotzdem noch nicht das Zell. Wir müssen ja die neuen Haltestellen, müssen wir ja hier. Wir gucken trotzdem mal. Vielleicht will ja jemand, hat aber keiner aufs Knäppchen gedrückt. Ja. Alle da. Gut. Alle da. Gut. So. Oh Gott. Ich hab noch ein bisschen Kaffee hier. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Um Gottes Willen, du. Immer mal ein Unfall, du. Na das wär ja wieder ein Ding, du. Ja. Ja, was ist denn nun hier? Geht's immer weiter hier? Und was macht denn der da vorne hier? Oh. Wieder ein Fußgänger. Wieder ein Fußgänger. Hm. Jetzt muss ich mal kurz hier nach oben blicken. Der hält. Dankeschön. Hier muss man den Fußgänger wieder mitnehmen. Oh, jetzt haben wir gleich die Bordsteine. Den hätten wir gleich mitgegeben. Schon wieder Vorfahrt beachten hier, du meine Güte. Das ist aber schlimm. So. Jetzt fahren wir ins nächste Gebiet. Blinker korrekt eingesetzt. Da bin ich ja beruhigt, bin ich da, dass wir das gemacht haben. Können wir noch ein Stück nach oben gucken. So. Sieht man ja von der landschaftlich reizvollen Gegend nicht, du Mensch. ums Schlagloch drum herum gekommen. Oh, diesmal will jemand aussteigen, du. Diesmal will jemand aussteigen. Oh, 50, du. 50. Immer wieder geblitzt werden hier. Jetzt müssen wir wieder abbiegen. Und wieder Fußgänger, hä? Nee, keine Fußgänger zu sehen. So, hier wollte auf jeden Fall jemand aussteigen. Der nächste Haltenstelle. Oh, hier haben wir gar nichts. Wo soll man hier halten? Um Gottes Willen, du. Alles weggemalt hier auch so. Schönen guten Tag. Bitte sehr, bitte gern. Einige Fahrkarten bitte. Aber immer einige gleich. Das ist immer gut. Einige ist immer gut. Woche. Student. Zwei Stück. Nee, was macht er denn immer jetzt? Oder Geld will er auch noch wieder haben, du. Danke. Bitte sehr. Drei Stück gleich, du. Wochenkarte. Drei Wochenkarten, du. Zehn Uhr. Eins, zwei, drei. Morgen. Mensch, du, das sind Einnahmen, du. Das sind Einnahmen, du. So, bitte her, bitte gern. Eine Fahrkarte bitte. Aber ja. Eine Talkfahrkarte. Student. Einstieg. Bitte sehr. 4,60. Bitte sehr. Oh Gott, das ist ja hier wirklich kürfchenreich, du. Kürfchenreich, wo wir hier hin sind. Und wieder Vorfahrt beachten. Ach, kann ich nicht mehr als Neues einfach. Gibt's ja keine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt's ja keine Hauptstraßen, du. Wir fahren einfach. Wir haben nicht geguckt. Fußgänger kommen hin, weil es keiner ist schon mal hingeguckt. War das jetzt die Haltestelle in dem wir sind? Wo sind wir nicht zu... Oh, wir sind zu spät abgebogen. Oh, wir haben uns verfahren, Leute. Zur Zeit ist abgebogen. Jetzt müssen wir eigentlich fahren hier. Wo gibt's denn sowas? Hm. Oh Gott. Oh Gott. Kreisverkehr auch noch. Jetzt müssen wir auch noch Kreis verkehren. Hier müssen wir auch noch. Ah, nein, du. Was haben wir denn jetzt? Geldstrafe? Für was denn? Oh, Unfall gebaut. Ach, du liebe Güte. Jetzt haben wir auch noch einen Unfall gebaut, du. Na, was denn nun? Hä? Jetzt haben wir wieder einen Bug drin, oder was? Nicht gleich noch mal, nicht klar. Was denn nun? Ich komm hier nicht weg. Tut mir leid. Jetzt haben wir auch noch einen Unfall gebaut, du. Menschenskinder. Verfahren, ein Unfall, du. Oh. Oh. Das ist doch schlimm. Siehst du, wir hätten mal anhalten sollen hier. So, wo müssen wir jetzt lang? Nehmen wir noch eine Runde rum. Ach, jetzt sind wir ganz im Ringel gefahren hier. Sind wir jetzt. So. So. Jetzt haben wir ne geblinkt bestimmt. Und. Ah, was weiß ich. Auweia. Wir müssen die Straße da unten lang fahren. Das ist ja nicht zu fassen, ist das ja nicht. Leute, Leute. Maunzi hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Ich bin gleich oben auf dem Ivarium. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir abbiegen, du. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Ihr Busfahrer weiß nicht. Wir fahren nur so jetzt das erste Modul. So. Oh Gott, oh Gott. Leute, Leute, Leute. Hier ist was liebes zu. Bitte. Stimmt. Wundervoll. Na, wir machen hier gleich mal voran. Und sonst steigt hier noch jemand ein. Ja, ganz bestimmt. Wir haben die Dialog. Nur um die Stille zu lang. Eine Tor-Karte. Standort. Ein Stück. 3,80, wenn sie irgendwie da haben gehen. So. Bitte sehr. So, wir machen aber jetzt nochmal Kontrolle hier. Wer sind welche wieder... Bestimmt ohne Fahrausweis. Bestimmt ohne Fahrausweis. Wo hab ich denn... Danke sehr. Ah, hier. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Ja, ja. Das kann ja jeder sagen. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Macht nichts. Der Bild hält besser. Hier, bitte. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Na klar. Na klar. Hier, bitte. Hier hat jetzt mal einer gesagt. Hier, bitte. Jetzt sind da keine Funktion. Oh, Fahrgast da rausschmeißen. Was? Äh, hier. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Schrei mich nicht an, sonst steigst du aus hier. Sonst verweise ich sie des Busses. Das gibt's ja gar nicht. Also, warte mal, oh noch. Einer. Einer seine Kohle hier. Da wird mir auch noch angebrüht. Das ist nicht zu lassen. Ist das... Leute gibt's, die gibt's gar nicht. Oh Gott, das wird ja ohne Abrechnung... ...wird das ja... ...verfahren... ...verfahren ohne Unfälle. Ja, unglaublich. So, ach, die wird gebaut. Guck an, du. Da haben sie einfach unsere Haltestelle verlegt. Hä? Ja? Auf dem Verwalt. Jetzt sind wir vorbeigefahren. Wollt ihr einer aussteigen? Wollt ihr einer aussteigen? Ich weiß es nicht. Ich fahr einfach nur. Sonst hat sich bis jetzt doch keiner beschwert. Hat sich bis jetzt doch nicht. Oder ist das die andere? Nee, die kommt doch schon noch. Weil die haben ja gesagt, dass eh nicht gebaut wurde, ne? So, jetzt gucken wir aber mal hier. Der biegt ab. Und der fährt weiter. Fußgänger hab ich gern gesehen jetzt. Na, was denn nun? So, sind wir jetzt richtig? Wir fahren zumindest der blauen Linie hinterher. Nee, das macht mich nervös hier so. Die anderen wurden hier gebaut. So, ist das nun Endhaltestelle? Oder was denn? Wir hatten Rundfurt. Haben wir dagegen gemacht, oder? So. Haben wir jetzt Rundfurt gemacht? Nee, eigentlich. Nee, nur noch. Auf den Zentraler. Aber wir müssen da hin. Ach, weil die verlegt wurde jetzt. Ah, jetzt haben wir das wieder. Mensch, du Kinder. Ich hab mich auch verlegt, hab ich mich ja. Torkarte. 10 Uhr. Einstieg. Bitte sehr. Und passend. Das ist sehr sympathisch. Er hat gehalten. Oh. Bitte alle aussteigen. Wir steigen bitte alle aus. So. Haben wir hier rechts für links eigentlich? Gibt es das hier in dem Spiel? Oh, jetzt ist bei uns wieder laut hier, weil ich muss das Fenster aufmachen. Ich bin hier schweißgebotet, weil ich hier am Lenkrad arbeiten muss. So. Wird man da saumann? Hört sie ein bisschen. Hihi. Hm. Hm. Ruhe. Wir machen hier eine Aufnahme. Da machen die den Lärm. Das gibt's ja gar nicht. Wir fahren mal an meinem Schwester. Wo müssen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir wieder hier rum. Oh Gott. Oh Gott. Und dann wieder da rum. Mensch Skipper. Das ist ein Zickzack heute hier. Und schon wieder Vorfahrt beachten du. Das ist schrecklich. Das müssen wir am Spiel ändern hier. Oh Gott. Nein. 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 Als Bus hier oben ein Vorfahrt hat. Oh. Ich hab so einen Hunger. Okay. Holen wir uns was zu essen. Da hält nun mal einer freundlicherweise. Danke sehr. Danke sehr. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Oh. Jetzt hab ich wieder die Stimme wieder hier. Achso. Nee. Das muss ich auch zurück machen. So. Jetzt müssen wir schon wieder ab. Das ist eke Eier hier. Eke Eier. Mensch Meier. So. Schöpfen. Wir haben jetzt wieder keinen Fußgänger mitgenommen. Nicht korrekt eingesetzt. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ah. Achso. Jetzt sind wir wieder zur Zeit schon abgebogen. Oh. Dieses Viertel ist doch nervig. Jetzt sind wir schon wieder. Moment. Wo ist meine Tasche? Das weiß ich nicht wo du die gelassen hast. Ich muss hier wieder. Ich hab da den Reifen berührt. Ja ja. Ach was weiß ich was hier alles berührt hier. So. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder zu zeitig abgebogen. Das Fasten oder nicht? Das gibt's ja gar nicht. Leute fahrt nie mit mir aus dem Bus. Das kommt nie an. Man knafft, kriegt aber doch die kostenlose Stadtrundfahrt. Immerhin nicht. Immerhin. Immerhin. Hey da. Was machen sie so? Tja. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder zu zeitig abgebogen. Mensch, jetzt habe ich Schemiterstrafe bezahlt hier. Das ist der Matsch heute, ist das der Schemiter. So, jetzt müssen wir hier drüber fahren. Geht hier rechts oder links, keine Ahnung. Jetzt sind wir mal auf der Hauptstraße. Wir haben eine Hauptstraße, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Nein, blinken. So, jetzt haben wir wieder angehalten. Jetzt haben wir bestimmt noch einen Fußgänger mitgenommen. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Blinker nicht korrekt eingesetzt. So, meine Lieben, ich danke fürs Mitfahren. Der für die Stadtrundfahrt kostet bitte nichts extra. Das können Sie so genießen. Ich hoffe, die haben Sie genossen. Liebe Genossen und Genossen. So, tschüss, wie sieht es aus? Ja, wir machen hier gleich wieder das Schnellmenü. Farb beenden. So. Oh Gott, oh Gott. Kollision, du wieder eingebüßtes Ougehandel. Aber neues Level und neue Farbe, du. Neues Frupp-Frapp, Mensch, du. Ja, na ja, ein paar Einnahmen und ein paar Ausgaben. So, gut. So, jetzt gucken wir mal hier, ob man das jetzt geschaut hat. Das haben wir geschafft. Aber das machen wir dann das nächste Mal, die neue Strecke. Weil wir haben ja auch schon wieder ziemlich lange, weil ich fahre ja eben gerne mal ein bisschen außerhalb. Tja, meine Lieben, verfahren und Unfall, du. Tja, meine Lieben. Ich hoffe, er hat so was macht dir dann Spaß, oder? Hoffe ich doch. Da würde ich gerne über eure Kommentare freuen. Däumchen nach oben. Den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr die verpassen wollt, mich weiter anstelle, dann macht's Glöckchen an, meine Lieben. Dann danke ich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.